Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Pable and the Regulary mit mir dem Pirates. Wir machen weiter. Ähm, in einer neuen Folge. Schön, dass ihr hier wieder mit mir am Start seid. Und, ähm, ja, jetzt haben wir dir befreit. Und jetzt müssen wir eigentlich, weiß ich gar nicht, äh, es geht ja nicht mehr so lang, ne? Das Schiff wird er trunken. Ja, die bringen das Feuer in den Leuchtturm. Genau. Das müssen wir machen. Mache ich auch gleich, aber ich möchte erst mal, ähm, ja, mich hinlegen, ne? Weil ich hab ganz schön was verloren. Und dann müssen wir die Willenstränke wieder auffüllen. Wir haben jetzt sechs, müsst ihr nicht, äh, kommt fünf, warum nicht? Wir sind eh kurz vor Ende, glaub ich. Mich würde es vorn, wenn das jetzt noch lang gehen würde, das Spiel. Weil wir haben, äh, wir haben ein Messerjack besiegt. Wir haben alle gekillt. Was willst du hier jetzt noch bringen? Wir sind der Held. Wir sind der Held, dolle. Aber es ist doch ein, es ist doch ein cooles Game, ne? Ja, also, nur die Kampfsteuerung. Held, das ist ja. Wie schläft meine Frau? Mein Bett, die Alte. Was ist denn mit der Blütenziege nicht in Ordnung? Jule Kuh, ich lasse mich scheiden. Ich schläft in meinem Bett. Ich lasse mich von meiner Frau scheiden, weil sie in meinem Bett schläft. Das, 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 das dingt weird. Oh genau. Das wollte ich. Scheiße, jetzt muss ich in der ranzigen Scheiße da schlafen, oder was? Was ist denn für ein Scheiß? Kann ich jetzt schon kotzen? Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Braucht ein paar auf die Schnauze? Ähm, Alter, Müll, Alter, was für ein Müll? Was für ein Müll? Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren? Alter, meine Frau schläft einfach, lass mich scheiden, ey. Geht so nicht. So, was war der Scheidensgrund? Meine Frau hat geschlafen. Mit wem? Nein, nicht mit wem. Sie hat geschlafen. Ja, das, äh, ja. So funktioniert eine Beziehung, Leute. Ich hab's euch jetzt beigebracht. Hier bei Pirates, äh, fadet es, das ist. Sie war erfolgreich. Jetzt brauch ich's plan auch nicht mehr. Jetzt kannst du weiter schlafen und weiß ich nicht. Also was, koch mal lieber, wenn du mal so schlafen. Ich fahr dich mit nem schönem Essen bedingt, ey. Das war doch ein Mittelalter. Da war also die Frau und die Götin in den Herd. Und der Mann, ja, damit wir ihn, äh, hört. Oh, ja. Wow. Juhu. Es ist mir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Ach. Genau. Sehr gut, schön, dass es euch ne Freude war. Äh, genau. Ja, ja, wunderbärchen, wunderbärchen. Mhm. Ich hab auch die Kost. Ah, nee, jetzt war hoch. Und die Gegend sind wieder weg. Oh, hier noch am Small krieg. Oh, Held, ich habe euch erwartet. Wie ihr seht, wurde die Stadt auf Veranlassung des Gildenmeisters evakuiert. Muss was Ernstes sein, hm? Es war nicht leicht, alle kurzfristig rauszubekommen. Aber wir Wächter verstehen unseren Job. Echt, ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, das ist schrecklich. Aber, das interessiert euch sicher nicht. Nein, das interessiert euch sicher nicht. Nein, das interessiert euch sicher nicht. Guten Tag. Sehr schön. Ich dachte schon, ich lau es mir jetzt voll. Ich bin jetzt Feuerherz in den Leuchtturm, okay. Okay, umkirchen. Wo sind das schon das Feuer? Der ist ja schon hinten. Ach so, ich muss da hoch, ne? Scheiße, ich muss hoch, ne? Oh, nee, Leuchtturm. Ah, nee, weil es kann wieder weg werden. Weil es letztes Mal schon wieder weg war, da hochzulaufen. Mit dem Kämpfen. Falls wir kämpfen müssen. Muss ich? Nö. Sehr gut. Machen wir keine Lust. Will nicht kämpfen. Ich bin friedlich. Ich bin wie Friedrich. Ich mag es nämlich friedlich. Er wird ja keine Lust. Nicht genug Schüssel, ne? Easy. What the fuck? Ich nehme an, das Feuerherz ist platziert. Gut. Wir treffen uns unten. Okay, das war es, oder wie? Laut den Büchern soll das Schiff ankommen, sobald das Herz seine volle Kraft entfaltet. Was zum Teufel? Ein Hawaii-Rufer. Er will das Herz zerstören. Wir müssen, müssen es beschützen. Okay. Komm, Joan, wir müssen ihn stoppen, bevor er das Feuerherz zerstört. Wo ist er denn? Da. Ne, bitte. Los, wir haben sie uns. What the fuck, Alter? Yo. Für immer ne Runde. Zum Thema Erkunde, Alter. Ohne Witz. Ja. Tschüss. Siegt. Easy. Mehr Herbeirufer. Das Herz braucht mehr Zeit zum Aufladen. Kommt schon. Oh mein Gott. Oh, nee, sowas. Ach, nee. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Oh. Hä. Wo bin ich da? Kommen Sie. Nein, laden wir sie nicht. Los, wir schnitten Sie uns. Das ist noch die von Jack. Das Feuerherz hat nicht angegriffen. Von wem denn? Oh Gott. Nein. Oh Gott. あ. Oh Gott. wieso krieg ich dafür mal böse ganz ehrlich kampf multiplikator noch höher zu bekommen aus hilfe und ein die mann hat es kaputt mit einem kleinen Simmerad Ich habe ihn. weg weg weg! ins kleine steil genau easy wir haben's hier ist das boot ist gemütlich wenn ihr in der nördlichen einöde seid aktiviert euer gildensiegel die teleporter dort dann komme ich zu euch schnitter hätte es schon lange getan aber er zerstörte sein siegel bevor er ankam wollte wohl nicht dass meis von seinen planer fuhr nun dann gute reise wie wärs mit einer schneeballschlacht beim nächsten wiedersehen wir werden es sein lassen das seltsame stille schiff setzte die segel und entspannt tag um tag durch pflügte es die wellen ein phantom des ozeans in ständiger fahrt und dann ragten die ersten eisspitzen aus dem nebel am horizont dies war das ufer der vergessenen bucht dahinter lag die nördliche einöde am fall der wintern ath wintern ath ww bei Geber für uns. Leider kann ich euch nicht persönlich treffen. Ich muss im Dorf Snowspire bleiben und es vor Herbeirufern schützen. Sie sind schrecklich, aber nur ein Symptom einer viel größeren, sich in diesem Land erhebenden Macht. Trefft mich in Snowspire im fernen Norden. Dort erkläre ich alles und dann suchen wir das alte Orakel der Stadt auf. Hoffentlich lässt es sich aktivieren und kennt die Antworten. Ist das eigentlich ein DLC oder was ist das? Sie haben eine neue Questkarte bekommen. Eine neue Questkarte, cool. Hey, die Teleporter sind in Betrieb. Schön. Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnitter gesprochen habe. Bis später. Die Stadt erinnert an die alten Soldaten von Arkon, die bei der Verteidigung der Stadt gegen eine Invasion von See aus starben. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein DLC oder was ist das? Ist das ein DLC? Also, oder ernsthaft? Also, ich finde es cool gemacht, das meine ich nicht. Aber ist das eine Zusatzkampagne, weil das so doch sehr einzigartig ist. Händler-Massaker? Nein. Für den Sohn des Halbwerts von Kno Guld und Kno Tull da geladen, ok? Für den Sohn des Halbwerts von Kno Guld und Kno Tull da geladen, ok? Ich habe hier sehr feilt, ich kann nicht hier zurück müssen. Ja, genau. warte mal ich glaube wir sind ja auch hallo hallo ja ja ich hatte mal gut ja ja übertreib komplett alter ja du gibst mir schon ja komm Endlich noch. Richtig Geschenk, wenn wir noch eine Frau mitbringen. Dafür, dass sie uns unser Bett geklaut hat. Leute, jetzt Vorgebürger. Ja, was ist das? Das sieht halt wirklich aus, wie so eine Studioskampagne. Ja, wenn, dann wäre das jetzt auch nicht tragisch, aber ich bin nur sehr verwundert, dass das noch so lang geht. Und da. Ey. Oh, ich bin da für so einen guten Mensch, ey. Oh, du blockst ja alles, ne? Ah, du boah, ja. Oh, jetzt sieht das nicht. So nervig jedes Mal, wenn ich alles blocken. Ja. Also die Klappe. Sehr gut. Und da거야? Oh, und da Przy pra 왓. Oh, ich bin da. Oh. 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 ihr scheint den kampfmultiplikator gemeistert zu haben okay cool da war es nicht so schwer gesundheitserstärkung die damit wird gewinnt beständig wieder hergestellten lieben in der stadtwürfe ja warte mal ist das ist so eine mod körperliche schilder lieben ein und das ist ein bisschen gewartet Ja. ja ich habe auch gedacht jetzt wenn es die exklusive gegner gut nice ok ja wo schickst du mich hin da habe ich jetzt speicherpunkt in speierpunkten ein da seid ihr ja wie war die reise auf teleporter gut dass euer siegel die hiesigen aktiviert hat ich konnte mich gründlich umsehen und dieser steine offen sieht recht interessant aus sie die die in schriften ich werde zur gilde zurückkehren und an der übersetzung arbeiten begebt euch doch nach snowspire und redet mit schnitter er erwartet euch bis später ja wollte ich gerade machen lassen wir mit schnitter reden genau das war gerade mein plan was er was er vom will das war ja willkommen in snowspire o held begleitet mich wie war eure reise toll vom schatze ihr gekriegt die zeit wird knapp und ich muss euch so viel erzählen ich kam vor vielen jahren hierher als die gilde dachte messerjack würde das snowspire orakel zur suche nach dem schwert benutzen jetzt sind wir es die sein wissen brauchen um zu kommunizieren brauchen wir die glyphen der befragung sie wurden zur zeit von alkon von vier mönchen tief in der verfluchten nekropolis versteckt ich sage den wächtern der nekropolis dass sie euch einlassen sollen ja erstmal kaufe ich mir hier ein haus so ich glaube hier werden wir noch ein bisschen länger bleiben als so ein paar minuten und sehr schön endlich alleine ein nerviger alter die es ist mir eine freude euch zu diensten sein zu können ich glaube wir können euch ein besonderes angebot unterbreiten sehr teuer aber es ist schlechter als ich habe ja ok ja ok da ist schon was geiles dabei ich kann es kaum glauben nach jahrhunderten ist die nördliche einöde wieder zugänglich ja stimmt wenn wir nur not geraten verkrüppelten und blinden was spät nicht nur in not geratenen verkrüppeln und verkrüppelten blinden und blinden weisen und auch moral eurer einkaufserfahrung die höhe wird es wie schön ob jetzt ist um höhe die chance schnäppchen zum kauf angeboten zu bekommen das ist mir eine freude euch zu diensten sein zu können es ist mir eine freude euch zu diensten sein zu können das schwert ist nicht mehr es ist mir eine freude euch zu diensten sein zu können Ein 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 Wir haben Jack besiegt Ja! Woo! Hallo! Hurra! Hurra! Und wo kann man jetzt hier spenden? Hurra! Na gut Angenehmen Tag noch Ich wollte gar nicht stehlen Na egal Wir können Okay, man stehlt zuvor, der war sicher nicht Was? Für ein Held Ich wollte mir eigentlich nur angucken Weil es so gibt Alles klar, Assassino? Ja Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir Falsche Ehering Falsche Ehering Dann würde ich sagen Jetzt haben wir ja hier angekommen Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir mal weiter Das geht jetzt Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch zu viel weiter geht Aber so sieht es Und ich freue mich mit euch auf die nächsten Folgen Wenn es mal ein bisschen geht Und ich danke wie immer für's schon mal mit dabei sein Ich hoffe euch gefallen Haut rein Bis dann Bis dann